Was ich sehr interessant finde, ist, dass Kinder, die früh zu viel vernachlässigt werden, die auch zu viel schreien gelassen werden, die sich eben nicht darauf verlassen können, dass meistens jemand kommt, die lernen ganz früh, diesen Wunsch nach Nähe zu unterdrücken. Auch als Erwachsene verspüren die gar nicht so Nähebedürfnis. Die gehen durchaus auch Partnerschaften ein, aber wenn jetzt der Partner oder die Partnerin gerade nicht da ist, dass man die nicht sehen kann, ist die auch quasi weg. Die kennen auch nicht das Gefühl, jemanden zu vermissen. Aber man kann ja durchs Leben gehen auf so eine Art und Weise, dann nur mehr oder weniger feste Beziehungen haben, Kinder haben, Familie haben und das merkt niemand. Nein. Habe ich denn überhaupt ein Störgefühl jemals? Nein, das merkt immer jemand. Also wenn die sich binden, das merkt man sehr schnell, man fühlt sich einsam mit denen. Man fühlt sich einsam, auch wenn sie da sind, weil sie oft sich so abspalten, also gar nicht richtig da sind. Vielen Dank.